Musik 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 Der 2. Partikel von Working Big 25 Berlin ist Gildrard Kirchmann aus Kirchmann in einer Zeit von 1 Stunde 11.58 Uhr. Gildrard Kirchmann aus Kirchmann. Der 1.0-Date-Kort gewiesen. Aber er hat noch 1.40 Uhr gehabt. Mit denen er lange die Führung gemeinsam gehabt hat. Aber der sich dann kurz vor dem Ziel absetzen konnte und einige Sekunden gut machen konnte. Genauer gesagt 8 Sekunden auf den 2. Partikel gut machen konnte. Er kommt aus Kenia und hat am heutigen Tag eine Geschichte geschrieben. Ende衣 Konec 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 Untertitelung des ZDF, 2020